Aaaaaaaaahhhh! Boah, so schön! Was habt ihr jetzt gemacht? Wie, was haben wir gemacht? Der Empfang ist, die Leitung ist schlecht. Habt ihr das doch anders oder was? Ich hab euch jetzt angerufen. Ja, aber was hast du denn gemacht? Bist du jetzt auf dem anderen Telefon? Na, ich hab ja nur ein Telefon, sag mal. Ich bin beim RBB. Ich bin froh, ich muss mir das mit 10 Leuten teilen. Aber es funktioniert ja jetzt. Ja, toll. Schöne Lampe. Geh mal noch ein bisschen aus dem Bild raus, dass ich nur die Lampe sehe. Wo bist du eigentlich? Hier, in so einem Loft. Dein Zuhause? Nee. Und da haben sie auch den Untergang gedreht in der Loft? Wieso wegen der Wand? Das sieht ja aus wie im Führerbunker. Das ist modern. Das ist modern. So, und sag mal, ich habe vorhin deine Mutti gesehen, als du die zugeschaltet hast. Mutti ist das Beste. Mutti ist das Beste. Mutti muss eigentlich auch mal so ein Ding machen, wo die zehn Stunden nur redet. Meine Mutter? Deine Mutter. Ja, aber meine Mutter kriegt es immer hin, dass man nur ihre Stirn sieht, wenn sie FaceTime mit einem. Aber immerhin, immerhin. Naja. Ihr habt bestimmt auch E-Mail und alles, wa? Klar hat sie E-Mail. Hat sie auch so ein iPad und so was? Ja. Spielt die auch so Candy Crash und so was? Genau, ja, genau. Ist so, wa? Ja. Magst du das, weil deine Mutter da drauf macht? Nein. Na, meine Mutter hat ja noch Telefon mit Wählscheibe. Die ist ja ja nicht, überhaupt nicht internetaffin. Gar nichts. Okay. Aber woher fährst du denn? Wie kommst du denn darauf? Das hast du ja nicht einfach geraten. Naja, weil es gibt flotte Omas und dann gibt es nicht so flotte Omas. Achso, okay. Und die Flotten sind die, die Candy Crush spielen? Naja. Die Flotten, ja. Und sag mal, ähm, was ist denn jetzt überhaupt, warum rufst du mich überhaupt an? Ich wollte einfach mit dir reden. Achso. Mal so fragen, was machst du? Ja. Geht's dir gut? Und das machst du morgens um acht oder was? Ich hab so viele Nachrichten, die krieg bei Insta immer ein Video anrufen. Ich frag die Leute hier die ganze Zeit, wen wollt ihr sehen? Lass mich mal jetzt ausreden. Das war der erste Tag, wo ich ausschlafen konnte. Und dann so eine Scheiße. Ruf mal ein Video an. Die, du willst dich sehen. Ich dachte, du bist tot. Ja, es ist ja, ähm, es ist ja, es ist ja auch das Problem, dass ich dich ja als Normalsterblicher, ich erreiche dich ja nicht. Ich kann ja machen, was ich will. Ich erreiche dich ja nicht. Deswegen hab ich, die Leute wollen ja, die Leute, ich frag ja die Leute, das ist ja interaktiv. Ich hab die Leute gefragt, wen wollt ihr hier sehen? Mit wem soll ich sprechen? Und sehr viele haben nach dir gefragt. Da hab ich gesagt, ja, aber der ruft mich nie an. Ja, aber doch, morgens um 8 Uhr. Haben die eine Macke oder was? Also ich liebe alle meine Fans, aber nicht morgens um 8 Uhr. Die haben jetzt aber dafür gesorgt, dass du dann jetzt doch hier bist. Finde ich auch nett von dir. Also ich find's ja nett von dir. Ja, mit einer leichten Zeitverzögerung. Ist doch gut. Hast du bis jetzt nochmal hier schlafen? Ja, bis jetzt. Ich bin gerade nochmal auf die Vor. Weil du mich so aufgeregt hast, hab ich 10 Stunden geschlafen. Was gab's für Essen heute? Äh, hier. Ein Toffee-Fee. Ein Toffee-Fee. Da sind aber 48 Stück drin. Was gab's für Essen heute? Toffee-Fee. Und Bananenbrot mit Nutella. Wirklich? Ja. Du darfst übrigens nur 400 Bananen essen am Tag, wegen Radioaktivität. Ach so. Oh, das wusste ich nicht. Ja, und wenn ein, manchmal, wenn die, wenn so Containerschiffe kommen und da ist ein ganzer Container voll Bananen, dann geht dieser Radioaktivmesser, dieser Geigerzähler oder was das ist, der geht dann an. Und wenn einer tot an Bord liegt, dann hat der 400 Bananen gegessen, nee, klaut. Oder war zu nah an den Containern drin, wenn er mit drei Augen runterkommt vom Boden. Sag mal, wenn du Nutella-Toast machst, machst du denn Butter rauf und Nutella oder machst du nur Nutella rauf? Aber warum? Weil, erstmal lässt sich die Nutella gar nicht gut schmieren auf der Butter. Doch, naja, das sieht scheiße aus, aber das schmeckt richtig gut. Außerdem geht die Butter in den Toast rein und die Nutella ja nicht, wegen der Konsistenz. Also ist richtig schön schlotzig, denn und denn Nutella rauf. Wie viele hast du davon gegessen heute? Von was denn? Von Nutella-Brot mit Butter. Naja, Bananenbrot habe ich vier Stücke gegessen. Mit Butter und Nutella. Und sag mal, wann kommst du mich mal besuchen? Ich habe es aufgegeben. Ich erreiche dich ja nicht mal. Ich schreibe dir, ich rede mit dir, bei Instagram schicke ich dir eine Nachricht. Ey, Dicker, lass uns doch mal quatschen und so weiter. Und deine Antwort darauf ist, ja, ruf mich doch an. Naja, weil ich dich verarschen will. Und dann ruf ich an und auf jeder Nummer, die ich von dir habe, ich habe zehn, glaube ich. Ja? Ja. Ich habe nur eine aktive Nummer. Ja, die habe ich wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Die gebe ich dir auch nicht. Ich kann die anderen Künstlerne haben. Hast du meine Ahnung? Ja, klar. Warum? Na, ich stelle mir vor, es ist was. Ich brauche Geld nach 24 oder was. Und man hat dann immer, du bist der Freund, der nachts um vier sagt, hier hast du, weiß ich nicht, fünf Euro für eine Kurzstrecke. Und so eine Leute wie dich brauche ich, weißt du? Ich komme vorbei, ich komme einfach klingeln. Ich weiß ja, ich weiß ja, wo du wohnst. Ja, ich weiß. Ich komme einfach klingeln. Das ist so weit, wa? Kann ich laufen. Und sag mal, was machst du denn jetzt eigentlich, wenn jetzt die ganzen Konzerte und so, wie viel wurde von dir abgesagt? Bis Ende Mai, das waren so Clubschows, ich glaube so um die zehn Dinger. Na, ich könnte jetzt, also heute hätte ich in Berlin gespielt, vier Tage lang. Ja. Haben wir auch aufgeschoben. Verschoben, ne? Und wie viele haben viele Leute Ticket zurückgegeben oder behalten die die? Naja, die meisten, also man kann das ja alle zurückgeben, ne? Das ist ja der Deal. Da kannst du ja die Karten, kannst du zurückgeben und kannst du dein Geld wiederbekommen. Naja, deswegen frage ich, geben viele zurück tendenziell oder behalten die? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Bin ich ganz froh drüber. Aber wie gesagt, wenn einer keinen Bock hat und dein Geld wiederhaben möchte, kann ich das verstehen. Wenn du für Mittwoch eine Karte kaufst und dann wird das ein Dienstag oder weiß ich nicht, ist ja auch Chaos. Ja, natürlich, aber grundsätzlich sitzen wir ja sowieso alle zu Hause. Also es ist ja nichts, dass man was anderes macht an dem Tag oder so. Ja, ich sitze eigentlich zu Hause rum und schäme mich ein bisschen, weil, also mir geht's ja gut, weißt du. Das ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwas eingebrochen ist. Aber für die ganzen Leute, die jetzt auf ihre Kohle angewiesen sind und so, also da denke ich schon, scheiße, Leute. Äh, wo soll das jetzt enden? Das werden wir sehen. Ja, wann vor allem, war? Das werden wir auch sehen. Aber was sollen wir machen? Außer jetzt, außer jetzt den Leuten, du machst ja jetzt Podcast, ne? Abwarten und Schall trinken. Du machst doch Podcast, ne? Podcast wollte ich machen, ja, ich wollte jetzt einen Podcast machen. Oder Videos, was wolltest du machen, Podcast oder Videos? Aber jetzt ist natürlich jetzt, YouTube, ich bin jetzt bei YouTube, ich hab jetzt 500 Abonnenten, aber nicht ein Video. Ja, und wann fängst du an? Wenn ich eine Million Abonnenten hab. Weißt du, ich möchte in die Geschichte eingehen. Ich möchte in die Geschichte von YouTube eingehen, als der, der nie ein Video hochgeladen hat. Also Leute, lass uns versuchen, ihm heute schon die 1000 voll zu machen, wenigstens. Nee, 5000 halt schon. Ich hab 5000. 5000? Ja, und nur Videos. Okay, dann, okay, so viele wie möglich geht man auch auf den Kanal rauf, damit wir ihn mal zwingen, auch mal ein Video zu machen. Aber ich find's ja toll, dass du auch YouTube machst jetzt. Gerade jetzt in der Zeit kannst du noch gerne ein bisschen... Nee, ich mach ja kein YouTube. Ich mach kein... Du hast ja auch Equipment gekauft. Ja, ich hab jetzt im Keller, ich hab mir im Keller, weil ich ja lange Weile hab. Ich bin ja jetzt da zu Hause, hab mir jetzt ein TV-Studio selber im Keller eingebaut. Weiß allerdings nicht, wie die Technik funktioniert. Aber es sieht gut aus. Ich könnte ja mal vorbeikommen und dir da ein bisschen helfen, aber... Hast du Ahnung von sowas? Wie man jetzt eine Kamera dazu bringt, nach außen zu funken. Kriegst du so blöde? Ja, ich glaube, auf die Art und Weise, wie du das gesagt hast, weiß ich nicht, was du meinst. Naja, dass man quasi... Dass nicht nur ich das sehe, sondern auch andere Leute. So mein ich das. Ach so. Also dass man quasi Videos aufnimmt, die andere Leute sehen können. Wie macht man das? Mit YouTube würdest du das auch machen. Und mit Ton zum Beispiel. Wie hast denn du jetzt? Was hast denn du jetzt für Ton irgendwo? Hier. So ein Mikroport, wa? So ein Ding, ja. Kostet wie viel? Keine Ahnung. Naja, das ist doch schon mal scheiße. Du weinst kaufen? Naja, du musst ja wissen, was das kostet. Keine Ahnung, guck doch nach. Aber guck doch nach. Und die Kamera da, wer hält das jetzt? Wer ist denn das? So ein Kran. Wie ein Schwenkkran oder was? Ja, so ein Kran und so Ständer mit Kameras. Das heißt, die ganze Scheiße, die du noch machst, kostet jetzt 15 Millionen oder was für einen Tag. Das kostet schon was, ja. Ich kann doch nicht einen Schwenkkran mehr kaufen. Ich habe einen Kerl. Guck mal, ich bin 1,82 Meter. Mein Keller ist 1,79 Meter hoch. Da passt da kein Kran rein. Ich muss gebückt in den Keller reingehen und dann setze ich mich. Man darf gar nicht sehen, wie ich da reingehe. Deswegen sitze ich auch nur. Wenn ich sitze, habe ich mir abgemessen. Was machst du denn da? Erpresservideos? 1,42 Meter, wenn ich sitze. Dann passe ich wunderbar in den Keller. Setzst du dich dann mit einer Kalaschnikow auf den Boden mit so einer Flagge? Genau, und dann schieße ich mich. Deswegen gibt es euch. Jetzt kriege ich mir eine Nachricht rein. Achso, ich soll sagen, wie der YouTube-Kanal heißt. Der heißt natürlich Kurt Krömer. YouTube-slash-Kurt Krömer. Seht ihr das? Ja. Weil die Leute sagen immer, ich finde den nicht. Was muss man denn noch machen, dass man den findet? Wie? Einfach eingeben, Kurt Krömer eingeben. Ja, haben es schon 100.000 Leute gemacht, sagen sie, finden sie nicht. Was ist das Problem da dran? Leute fragen mich auch immer, wo man Tickets für mein Konzert kriegt. Was soll ich sagen? Im Internet. Hast du auch diese Schweine, die Karten kaufen, oh mass, und die dann für zehnfache weiter verticken? Ja. Wusstest du, dass man rein rechtlich gar nichts machen kann? Ja, klar. Weil die Server irgendwo, weiß ich, in Thailand sind und du kannst sie nicht belangen. Und dann schreiben die mich immer an und sagen, dass du 300 Euro für eine Karte selber nimmst. Also da stecke ich ja nicht dahinter. Aber das ist doch, ich meine, dafür kannst du ihn doch nicht anzeigen. Das ist ja eine Kartekurve für 30 Euro, die für 300 weiterverkauft. Naja, das heißt, irgendwie ist ja derjenige, der es kauft, auch ein bisschen selber schuld. Naja, das sage ich auch, dass ich sage, also ich bin ein sehr guter, ich bin einer der besten Künstler der Welt, aber 300 Euro würde ich mir auch mal überlegen. Ja, aber man kommt ja wieder. Vielleicht 295 Euro. Ja. Einheitspreis. Ja. Man findet den Kanal nicht. Man findet den Kanal? Nee, ich finde ihn auch nicht. Die finden den Kanal nicht. Naja, du zeig doch. Wie hast du denn den geschrieben? Wie heißt der denn? Na, Kurt Krömer. Ja, na, Kurt Krömer. Ja, aber man landet bei meinem RBB, wenn man Kurt Krömer eingibt. Oh, die haben dich richtig bei den Eiern. Nee, geh mal auf meine, pass auf, jetzt habe ich es. Du gehörst den, der Name Kurt Krömer gehört RBB. Ja, ich weiß, privat darf ich den gar nicht nutzen. Du darfst mich auch jetzt nicht nennen. Nee. Weil sonst kriegt er eine Anzeige. Vom RBB. Du, Mann da, wer heißt denn der Mann da nochmal? Ruse. Wer ist das denn? Dein Lebensgefährte oder wer? Nee, der hat das hier alles, diese ganze Technik hier an den Start gebracht. Und ist seines Zeichens auch Moderator bei Fritz. Hast du vielleicht schon gehört? Hab ich doch, ne? Der war auch mal beim Fernsehen, oder? Warst du mal beim Fernsehen? Ja. Ja, war auch mal beim Fernsehen, ja. Beim RBB Fernsehen. Ja. RBB, ja, RBB, ja. Kollegen, ja. Du bist ja auch ein Knecht. Du bist ja auch ein Knecht. Die haben dich auch bei den Eiern. Ja. Du bist auch ein Opfer, wa? Fritz ist doch auch RBB, ne? Ja. Die haben dich ja immer noch bei den Eiern. Na klar. Ja, bitte. Würdest du auch geschlagen? Hä? Würdest du auch geschlagen? Ne, ich bin auch minderjährig. Weil ich krieg immer richtig mit dem Stock so. Also da werden mit Eisspray, werden mir die Hände eigentlich sprüht und mit einer Eisenschlange da rauf geschlagen. Dann stimmen die Geschichten, Mann. Deswegen sieht man im Fernsehen nie meine Hände. Also Leute, Finger weg von RBB. Das ist ein Anwalt arbeiten. Guckt mehr RBB, damit die Leute das da nicht so schwer haben. Ey, wie heißt denn jetzt dieser Kanal? Wie heißt denn der Kanal jetzt? Wir müssen den noch finden. Ja, YouTube Flash Kurt Krömer. Gusemann, nimm mal auf meine Insta-Seite und dann nimm mal eine Bio. Da ist der Link. Warte, mach ich. Und dann guck dir mal meine Insta-Seite an und frag mal, hast du einen blauen Haken jetzt auf einmal? Hast du? Ich habe einen blauen Haken. Hast du? Ja, hab ich jetzt mal, ich glaube, nach vier Jahren bekommen. Ich weiß nicht, warum. Ich wollte den gar nicht haben. Na klar wolltest du ihn haben. Ich will einen grünen. Ich will einen grünen Haken. Aber du kannst jetzt Upswipen machen, nämlich. Ja, toll, super. Ja, ist doch schön. Mach doch mal ein Upswipe-Video. Hab ich doch. Heute für dich hier. Da kannst du gerade mal ein Swipe mal hoch. Da bist du zu sehen. Sehr unvorteilhaftes Bild. Ich habe so ein Screenshot gemacht. Von mir? Ja, YouTube-Sache, ja. Mit Harald Juncker, da sollten wir auch drüber reden. Erzähl doch mal bitte jetzt, ganz kurz. Ach so, ich wollte erst mal sagen, wegen der Madame-Tussauds-Schichte. Hast du dir die Figuren mal angeguckt, wie die aussehen? Die sehen ja alle total bescheuert aus. Naja, ich sag dir das doch. Das sieht ja total, da sieht ja keiner aus, wie er aussehen muss. Ja, und dann stehst du da aber auch neben 90 Prozent von Leuten, die du ja nicht magst. Ja. Naja, vor allem sieht er hässlich aus. Sie quildet gar nicht mehr. Guck mal, es gibt diesen Walk of Fame auf dem Potsdamer Platz. Da so einen Stern haben, finde ich schon viel besser. Oder ernsthaft eine Straße, Kurt-Krömer-Straße nennen in Neukölln. Warum nicht, Leute? Aber sag mal, jetzt habe ich so eine Welle gemacht bei Madame-Tussauds. Kannst du da für mich anrufen und sagen, dass du lieber haben möchtest? Haben die dich schon angerufen und gesagt, ja, machen wir? Nee, ich habe die Nummer wieder gewechselt. Die wissen jetzt nicht mehr, wo ich bin. Nee, mach du das mal, ich will das nicht. Ich mach das nicht. Ich bin ja so schon jetzt, also ich bin schon sehr schön. Aber wenn die mich dann noch hässlicher machen, als ich jetzt schon bin, das geht nicht. Ja, du wirst nicht aussehen. Geh du da bitte hin. Ich mach das auch nicht. Ich mach das nicht. Aber jetzt nochmal Harald Juntke. Ja. Immer wenn wir uns treffen, reden wir ja darüber, wer von uns beiden das Erbe von Harald Juntke ernsthaft antreten darf eines Tages. Ja, hast du ihn eigentlich mal kennengelernt? Nein, du? Nee. Aber ich kenne den Sohn von Harald Juntke. Erzählt das? Ja, den kennt ja jeder. Okay, erst mal ein Toffee-Fee. Nee, pass auf. Ich habe meine Karriere, es hat angefangen, da ist sie ja tot gewesen. Ja. Ich glaube, das war 2004 oder was? Nee, eins. Keine Ahnung. Guse. Ja? Recherchiere mal, wann der Juntke gestorben ist. Ich glaube, 2004. Warte, ich gucke. Da hatte ich einen Auftritt in Stuttgart. Und dann habe ich aber so das Gefühl gehabt, dass ich dachte, scheiße, ich bin jetzt in Stuttgart. Ich müsste eigentlich jetzt in Berlin sein. Ich kannte den Mann ja gar nicht, nur aus dem Fernsehen. Aber ich dachte, ich muss mich wie jeder andere Berliner jetzt auch an die Gedächtniskirche da hinstellen und den verabschieden, weißt du? 1. April 2005. Wann? 1. April 2005. Irgendwie das 1. Aprilsterben ist irgendwie cool. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Gut Krümmer ist tot, naja, klar. Wäre okay. Gut Krümmer ist tot, naja, April-Scherz. Hast du meinen YouTube-Kanal gefunden? Nee. Der ist ja unfassbar. Was hast du für einen YouTube-Kanal? Ja, wenn man auf Instagram den Link klickt, ja, aber ich weiß nicht, was man sagen soll, damit man es bei YouTube findet. Versteht das nicht. Warum habe ich denn 5.000 Abonnenten schon, wenn denn ja keiner findet? Was sind denn das für Leute? Das ist bestimmt der BND oder so, wa? Hast du Swipe-Up gemacht? Ja. Ja, dann kommen die von da. Aber was machen wir denn jetzt? Na, öfter diesen Swipe-Up. Und ich glaube, mehr Content, ne? Ich glaube, dann wirst du wahrscheinlich eher zu finden, als so eine leere Seite. Ach so, weil ich vielleicht keine Videos habe, wa? Ja. Aber dafür, dass ich jetzt schon 5.000 Abonnenten habe, ist so geil. Ich kenne ja den Chef von, den Boss vom Internet, Unge heißt der. Den kann ich nachher mal fragen, was man da genau machen muss. Wen kennst du? Unge. Und für'n Unge? Ja, du fängst ja jetzt erst an mit YouTube. Aber der ist der Boss von YouTube. Ach, der Unge? Der hat ja nicht selber einen Kanal. Ja, ja, davon spreche ich ja, Unge. Und der Alte ist der Gronkh, wa? Nee, Junge, ich meine nur Unge. Ja, Gronkh war es vorher. Gronkh war vorher der Chef von Internet, aber der hat jetzt Geschäftsführung übernommen, ist jetzt Unge. Mit dem kann ich nachher mal sprechen. Unge hat die Geschäftsführung? Der ist doch erst 12. Nein, Mann, der ist schon älter. Der hat vorhin neun Bananen gegessen, Dicker. Ey, man muss ganz runterscrollen, dann findet man den Kanal. Siehste? Aber man muss richtig krass lange runterscrollen. Richtig krass lange. Abonnier mich mal, abonnier mich mal, bitte. Ich bin nicht eingeloggt. Sag mal, ich bin nicht eingeloggt. Ja, du musst dir die Mühe nachher nochmal machen, ne halbe Stunde. Mach ich später. Abonnier den mal jetzt. Abonniert mal alle Kurt Krümmer seinen Kanal. Er wird doch ganz sicher in den nächsten zwei Jahren mal da Content hochladen. Man hat schon 6.300, geht jetzt. Wie viel? 6.300. Na, siehste, läuft. Mal keine Videos. Wann machst du denn mal Content? Ich hab ne Nachricht reingekriegt, aber ich kann das nicht lesen. Wir haben jetzt den Kurt Krümmer Kanal im Livestream oben. Wenn ihr oben rechts aufs i klickt, da ist der. Da könnt ihr da klicken. Was? Wir haben es den Leuten aus dem Chat jetzt hier leicht gemacht. Die können oben bei uns einfach auf dem i klicken und dann ist da dein Kanal. Genau. Ja. Und dann sag mal nochmal. So machen wir da. Ich fahre meine Adresse nochmal durch und sag mal, jeder soll vorbeikommen und mir eine Rolle Klopapier vortaus legen. Grusel. Ja. Mach das. Mach ich. Schreibe ich ins Netz. Aber jetzt keine Fotos oder Selfies. Einfach nur vortaus legen und dann wieder abhauen. Ich will keinen Kontakt haben. Gut, Kurt, ich muss auflegen. Ich muss jetzt gleich rappen. Hä? Ja, ich drehe jetzt hier auf noch. Ich mache jetzt hier noch eine Stunde eine Show. Eine Show. Ach so, du, soll ich nur sagen, wie der Podcast heißt, den ich demnächst mache? Ja. Liebe und Bumsen. Was? Liebe und Bumsen. Ja. Ich habe auch bei Twitch, übrigens, habe ich auch im Kanal jetzt. Wirklich? Bei Twitch habe ich 36, da läuft aber auch nichts. Bei Twitch habe ich 637 Follower. Hast du schon mal gestreamt bei Twitch? Nee, ich weiß ja nicht, wie das geht. Aber ich finde das geil, dass ich schon die Abonnenten habe, weißt du? Das ist doch gut. Aber die warten aber auch auf Content. Ja, kommt ja. Kommt ja. Das weiß ja selber. Es wird ja alles verzögert gerade. Das dauert alles. Du hast doch Zeit. Ja, ja, klar. Und so ein Fernsehstudiumkeller jetzt. Das kommt doch noch, genau. Naja, ich überlege mir noch Formate, weißt du? Ich kann ja nicht irgendeinen Scheiß sehen. Stell dir mal vor, ich mache jetzt irgendeinen Scheiß im Internet. Das geht ja nicht, das muss gut durchdacht sein. Weißt du? Das machst du schon. Du wirst ja zum Beispiel auch niemals irgendjemanden anrufen und eine halbe Stunde irgendwie FaceTime oder so nutzen, weißt du? Das muss durchdacht sein. Ja, das mögen die Leute, glaube ich. Ja? Ja. Und sag mal, wie lange machst du jetzt noch? Ich werde jetzt gleich auflegen. Und dann mache ich eine Stunde noch Rapping, Rapping und dann ist gut hier. Will warte. Wie lange hast du denn gemacht? Zwölf Stunden. Und ohne Pullern gehen? Ich war Pullern, ich war sogar Kackern. Hast du alles mitgefilmt oder was? Das ist ja eigentlich Big Brother für eine Person nur, oder? Ja, aber nee, ich habe das Mikrofon sogar abgemacht. Sehr gut. Kurt, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass wir noch gequatscht haben. Ja, Herr Würdig. Mein Lieberchen. Ich komme vorbei. Ja. 100 Prozent, komme ich mal vorbei. Auf ein Grillerchen. Grillerchen? Und dann besprechen wir alles Weitere. Die Harald Junke-Sache sind wir jetzt leider auf keinen Punkt gekommen, aber das klären wir noch. Ja, wir müssen mal eine Show machen, wo wir als Harald Junke auftreten. Ja, wer ist der bessere Harald? Als Wachsfigur im Estrell-Center, weißt du? Wir können aber bei diesem Estrell da mitmachen. Ja. Du bist Sido, ich bin Kurt Krömer. Der Gewinner darf mitmachen. Nee, du bist Sido, ich bin Kurt Krömer. Wir treten als Doppelgänger von uns selber auf. Das können wir doch für deinen YouTube-Kanal machen. So was, weißt du? Na bitte. Und dann sagen alle, nee, die Echten sehen besser aus. Kurt Krömer, meine Damen und Herren. Hat großartig viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass das eingerichtet wurden konnte hier. Danke für den Applaus. Das ist ja mehr, als ich sonst kriege. Das geht richtig zu Herzen. Schön, danke, dass das geklappt hat. Danke auch Leute, dass ihr ihn penetriert habt, dass er hier sich gemeldet hat und sich die Zähne noch reingemacht hat, extra bevor er die FaceTime angemacht hat. Jeder, der mich da, der habe ich alle blockiert übrigens. Die sind alle gelöscht worden. Schade, aber auch okay. Es ist wahrscheinlich die Sache wert gewesen. Danke, Kurt. Ich weiß ja gar nicht wirklich Kurt Krömer, ne? Nee, ich heiße Sandra Kuschewski. Also, Sandra? Schön, wieder mit dir gequatscht zu haben. Wir sehen uns, ja? Mach's gut, mein Liebling. Alles Gute. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi, Herr Guse. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020